ja meine Freunde kommt zu FIFA 15 Karriere Pokalspiel diesmal die Aufnahme ist mir abgeschnitten wir machen zu diesem Punkt weiter wo die Aufnahme nicht aufgetrattet bloß ich weiß nicht wenn der Gato ist dann auf einmal abgestört und dann war die Aufnahme im Arsch also machen wir hier aus Frust ist mal noch zu 6 zu 0 jetzt müssen hier so sogar 20 Minute 6 zu 0 so muss ganz gut lauter hier und hat mich sowieso sehr gut ist das schon die Entscheidung klare deutliche Führung wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird steht wohl ein Wechsel bei den Gästen er kriegt die Unterstützung die diese haben auch alles zu nehmen er hat sie möchten gleich muss gar spielt werden ich muss das erste Liga spielen und zweiter schreiten als ja ne nachher das erste Spiel hoch heute mit dazu zu diesen sehr gekürzten Pokalspiel das tut es mir natürlich leid aber ich will es nur noch mal zu machen was jetzt 6 zu 0 schon steht Müller Sembolo 6 zu 1 31 Minute bis jetzt hat er das super geil nun kriegt er ein Tor Fehler gemacht da tue ich mich ein bisschen schwer das so zu beurteilen er hat ja glänzende Leistung bisher gebracht und ähm du kannst nicht jedes Ding parieren das ist dann wieder das was man abstaubenden genau richtig gestanden dafür oh und Katschunga mit dem 7 zu 1 und jetzt habe ich nur noch eine Frage macht er noch eins schön gemacht viele sind stark mit dem Fuß er macht's regelmäßig mit Köpfchen voll mit den Stirn getroffen wunderbar platziert keine Chance für den Keeper um das um zu biegen da musste schon ein Meisterbieger sein eine klare Führung für den Gegner und Katschunga mit dem 8 1 schön gemacht Katschunga mit dem 7 zu Minute unglaublich das sind wir nun wirklich nicht allzu häufig aber das ist auch Killer schön in die Unterwecke rein ganz klare Führung jetzt langsitzenden im Glück kaum war mit den soldaten zweistigen Bereich LASORGA mit dem 9 zu 1 jetzt richtig starkes Spiel von Hertha jetzt kann er den 3erpack bejubeln also ich glaub das macht die gefreckte Aufnahme wieder gut halt gar und die ich glaube nicht dass das noch kippen kann hat jeder so ein schönes Torfestville erlebt er bringt die Pugel nicht unter Kontrolle, schon ist sie weg Katunga Lasogar Katunga Bochum jetzt auch mit Einzelentführung gegen Sandhausen oh fast das 10 zu 1 das ist das ist die Ecke kommen wir machen das aus dem Tor heute zwei Alte bringt es nicht mehr zwei neue kommen frisch ins Spiel auch so kann man sich befreien zwei Alte bringt es nicht mehr ja es gibt ein Wurf ein wunderschönes zu spielen und Katunga mit dem 10-1 19 Minuten Katunga mit dem 10 zu 1 für hatte ich sie bedienen aber es gibt es auch total einfach gemacht das gibt es doch gar nicht meine Herren so und hier also zum Ende hin nochmal ein richtig schönes Tor ein klarer Sieg und damit gewinnt und damit gewinnt Herderwes zu verdienen das erste Pokalhauptgrundspiel mit 10 zu 1 über es ist vorher in Regensburg und damit sehen wir uns in der nächsten Folge FIFA 13 Karriere muss mit dem ersten Ligaspiel dieser Saison lebt er der Traum vom großen Wurf jetzt können wir schön ein paar Tore sehen die ihr verpasst habt z.B. für dieses Tor ein paar Highlights wieder mal ah das Gegenteil habe ich ja gesehen das war leider bitter schönes Ding von Lasaga das ist nochmal ein schönes Tor von Katunga was richtig schön geschossen war schön angenommen und ein Match her anschließt wie war das bester Spieler Lasaga Katunga und Radiabladi Fardi haut rein